Hallo, hier sind die Kulturlotsen von Kolumbi-Schlössle. Ich bin der Mio und ich bin der Samu. Normalerweise machen wir für Kinder Führungen, aber heute spielen wir mal ein Spiel. Hi, ich bin die Tegler, ich bin hier Kulturlotsin und mir gefällt es, Kinder in die Zeitreise zu begleiten. Ja, und er ist... Ja, ich bin Linus, ich bin ja auch Kulturlotse und mir macht es einfach Spaß, so viel über Geschichte zu lernen. Ja, heute wollen wir zusammen Würfelspiel spielen. Wir werden jetzt anfangen zu würfeln. Echt? Ja, alles besser. Okay, dann hier. Gib mir die zwei. Zwei. Und gib mir die vier. Ich mach die eins, du mach die zwei, ich mach die drei, du mach die vier, ich mach die fünf. Nein, ich mach die sechs. Also, wir machen eine Runde Knarrenwürfelspiel und zwar, ähm, und zwar hab ich hier einen römischen Würfelturm. Wenn man hier mit uns kommt... Nice try. Eine drei! Ja, ich mach die vier. 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 Vielen Dank.